Vielleicht müssen wir dann einfach nur noch mal wiederkommen, dass sich das wieder legt. Jaja, das müssen wir auf jeden Fall beim zweiten machen. Weil den Naga brauche ich nämlich, aus den Schuppen kann man nämlich noch eine Rüstung bauen. Ah ja, okay. Reicht es dann, wenn du einen Naga töterst oder brauchst du mehrere? Ein Einer würde reichen. Ich hätte so viele Schuppen, dass du direkt eine Rüstung draus machen kannst. Ah ja. So, das wäre im Übrigen jetzt auch die Richtung, in die ich jetzt gegangen wäre, um eventuell noch was aufzudecken. Ich finde es echt immens, wie nahe hier die Bosse beieinander liegen. Was die, die wir bis jetzt gemacht haben. Ist okay. Wo seid ihr? Ich habe euch, glaube ich, verloren. Wir sind noch zusammen hier. Wo bist du? Wir sind gerade über den Fluss gegangen. Über den Fluss, okay. Ja, dann weiß ich, glaube ich, wo ich lang muss. Hast du ein Flubbergeräusch? Ja, ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Ja, ich sehe dich auch. Ja, ich habe mich an dem Fluss orientiert. Alles gut. Aber trotzdem ist der Forrest immer noch ziemlich rucklig. Also egal, was man macht. Aber manchmal kommt so ein böser Ruckler, dass ich euch dann instant aus dem Bild verliere. Ein bisschen anstrengend. Ein Brunnen, aber der ist gefüllt. Wo ist Kevin jetzt? Seid ihr so? Ja, wir sind am Brunnen. Da ist auch mal weitergelaufen. Trinken wir auf den Baum oder sowas. Nee, warte, das geht schon. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich. Okay. Hier ist auf jeden Fall viel Wasser. Das schaut ein bisschen Moor-gegenhaft aus. Moor-gegenhaft, läuft. Da kommt auf jeden Fall, kommt ja auch so eine Art Wald raus, ne? Eher so Sumpfgebiet halt. So, meine Herren, jetzt nicht erschrecken. Doch. Was mag jetzt wohl passieren? Jetzt kommt der Moment. Da ist schon wieder so ein Riesenbaum, aber die Bäume sind vielleicht höchst irrelevant, ich weiß es nicht. Da ist, das sieht nach einem geilen... Der Baum ist echt krass. Ja, der Baum ist krass. Oh. Ich sag's doch. Nein! Der Hütter-Tioten, ich mach Hass ja auch. Oben auf den Baum hier. Aber die Hydra ist doch nicht auf den Baum, oder? Mein Recht auf den Hügel. Wir müssen noch ein Stück hier hoch. Alter, Kevin, nicht wahr? Auf dem Hügel? Ich meine, hier oben, ja. Okay. Ich bin aber nicht sicher. Ich meine, mich hätte hier jemand angegriffen. Also, auf dem Hügel ist gar nichts. Vielleicht doch auf dem Baum. Na, aber auf dem Baum, der siebenköpfige Hydra, wie soll das klappen, Mann? Da unten, da... What the fuck? Hinter den... What? Hä, was? Schaut da da runter. Wo denn? Ja, wenn ihr auf dem Hügel seid, einfach da runter. Wow! Okay, ist auch gar nicht groß. Ja, der andere macht einfach hier... Leeroy Jenkins! Die Köpfe haben tausend Lehm, ja. Ist übel. Okay, wo hügel raus, ne? Oh, oh. Was? Hier ist ein Sextenschlaf. Also, die Köpfe nehmen schon mal keinen Schaden. Hat die Hydra an sich schon, aber die Köpfe nicht. Okay, die Hydra hat auf jeden Fall Bock. Yo! Kann es sein, dass da der Hydra... Okay, die hat irgendwie... Alter, what? Au, au, au. Freddy, wir können doch jetzt nicht schlafen gehen. Wir kämpfen gegen eine dreikämpfige Hydra. Was ist los mit dir? Die hat immer noch einen Schaden drin, ne? Ei! Die Höhle hier hinten schaut ziemlich cool aus. Holy shit! Das scheint in seinem Haus. Ja. Wow! Also, ohne Rüstung bist du hier auf jeden Fall im Arsch. Oh, die Span... Kann man das Haus anzünden? Kann man dich vergiften? Kann man dich anzünden? Das ist schon. Okay, ja, die Hydra ist gleich im Arsch, weil jetzt regnet's. Ha! Wer führt den Erstschlag aus? Niemand! Das ist auch gut. Alter, was geht denn hier? Oh, jetzt regnet's. Vor allem, die hat mehr als drei Köpfe, ne? Ja, ich mach das Fetzer wieder zu. Für Glas brauchst du oder irgendwas, gesagt, Verschalten. Materialien haben wir auf jeden Fall alles. Ich werd schon in die Zeug kommen. Ei, ich... Ich seh gefühlt nichts gerade. Komm, Schaden, 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 Schaden! Jawoll! Hydra ist gleich down! Go, go! Down! Da ist auf jeden Fall Zeug getockt, aber ich kann's nicht aufheben. Wow! Das war mein Bosskampf. Kannst du hier noch Zeug hier aufheben? Oh, ich hab's jetzt. Also ich hab mal wieder nichts. Wart mal... Hier. Was? Du hast es aufgehoben. Ich hab's aufgehoben? Ja. Nee. Hydra-Token. Also ich war... Ich hatte gerade... Ich hatte gerade volles Invertrag. Achso, dann war's... Dann war's der Kevin. Kevin ist schuld. Dann wird's der Kevin gewesen sein. Siehst du's, Kevin? Was, ich? In deinem Inventar, ein Hydra-Token. Ja, die Hydra-Trophäe. Aber mir ging's um das Blut, was dir eigentlich fallen lässt. Das hab ich. Das ist 25 Fleisch. Ah, und 8 Fire Rebound. Das brauchst du, ne? Ja, weil es hart, ey. Bist du? Ja, ich schmeiß's dir mal hin. Du hast hier viel Kohle! Ja. Ja, das war ein super Bosskampf. Da kann man nicht meckern. Und hier ist echt ne Menge Kohle. Ich kann auch, wie ich sehe, schon gar nix mehr aufnehmen. Müssen wir mal ein bisschen Müll wegwerfen. So, was macht ihr jetzt hier? Macht ihr hier ein neues Camp auf, oder was? Ich mein, geil sieht's hier aus, ne? Weiß jemand, wie viele Bosses gibt in dem Wald hier? Vier Stück. Ja, einen gibt's noch. Einen gibt's noch. Aber den hast du noch nicht gefunden, Kevin. Wir haben noch alle vier. Gast? Wir haben das Gast. Wir haben die Lich King. Achso, Naga fehlt. Naga fehlt. So schwer kann die Hydra dann ja nicht gewesen sein, wenn ihr die jetzt schon tot habt. Aber wir haben schon lange drauf eingeschlagen, eigentlich. Ich wusste halt, wo ich mich hinstellen muss. Schön, dass ihr das immer alle wisst. Ja, wir haben halt ein bisschen Erfahrung in den solchen Strings. Achso, ihr habt Erfahrung. So, so. Und jeder so ein Frischling wie du. So, so. Scheiß Strings braucht doch eh keine Sau. What the fuck, ich bin wo, wo Wald ist, wo man gar nix mehr nach... Kommt mal kurz, ich hab was gefunden. Ähm, minus 700, 30, minus 700. Kommt mal beide dahin. Minus 700, wie weit bist du gelaufen? Nicht weit, minus 730, minus 700. Das ist nicht so weit. Da ist was richtig krasses. Also, was wir so noch nicht gesehen hatten zumindest. Ja, ich ruckel mich da mal kurz hin. Ich seh dich schon. Siehst du mich? Nicht da oben, nicht da oben, hier unten. Achso, ja siehst du, hab ich doch gut gemacht. Und da drinnen, da war lauter so kleine Koboldin zu Zeug. Und da kommt auch kein Regen durch, glaube ich, weil das Blätterdach komplett ist. Und du schaust ihn mal auf deiner Map an. Okay, krass. Und ganz in der Mitte, wenn du auf der Map guckst, ist irgendwas Grünes. Ja, das heißt auch Dark Forest. Also, ich denke mal, dass man da nix sehen wird. Würde ich sagen. Gehen wir da gleich rein. Kevin? Okay. Ja, Moment. Und guck mal hier, in dem Wasser hier sind auch Glasscheiben drin. Was für Scheiben? Ja, total komisch. Hier, in dem ganzen Wasser, überall Glas. So, wo soll ich hin? Im Wasser ist Glas? Was? Ja. Achso. Okay. Kevin, minus 680. Auf der ersten und auf der letzten Koordinate am besten 680 minus. So weit weg war es ja gar nicht. Ich sehe den Berg von hier gerade noch so ganz hinten. Ja, spätestens wenn er den Dark Forest sieht, wird er, so wie ich, direkt checken, was hier eigentlich abgeht, wo er hin muss. Hier findet man echt was geiles, direkt noch was geiles. Dark Forest, ja, ich hoffe, ihr habt genug Fuggeln dabei. Findest du uns? Kev, Kev. Minus, warte, wo seid ihr? Minus 680. Dann hab ich euch gleich. Oh, 680, ich bin eigentlich da. Auf der ersten und auf der letzten. Und in der mittleren 30. Ja, da hinten bist du. Siehst du uns? Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Gut, dann gehen wir los, ne? So, guck mal, Kevin. Dark Forest. Und da sind lauter komische Viecher drin. Ja, es ist vor allem so dunkel, dass man nichts sieht. Upper Goblin Knight, VIP. Wat? Hier. MVP, VIP. VIP? Mann, ist das dunkel hier. Oh, shit, shit. Boom. Okay, und Creeper. Die überleben enorm viel. Okay, hier ist ein riesen Dungeon, Leute. Hier ist ein riesen Dungeon. Holy shit. Hier ist ein Krebs, der mich angreift. Verfliegter Krebs. Held. Okay, pass auf, hier ist sogar so ein seltener von denen. Okay, sie haben mich runtergeschubst. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Ähm, töten wir erstmal die Viecher, die hier oben sind, dann kommen wir alle nach unten. Shit. Hier ist auch überall Glas. Was? Ich bin ja da noch ein Schwert übrig. Oh ja, guck mal, Oskar ist da. Aber geht's hier unten überhaupt weiter? Ich hab keine Ahnung, ob das da unten weitergeht. Versuch hier kann man irgendwo Licht zu schaffen, man sieht doch hier überhaupt gar nichts. Gehen wir oben nochmal ein bisschen weiter. Also Kevin, hier ist gar nichts. Hier geht's weiter nach unten. Hier sind Gänge. Mit wirklich einer Treppe und allem. Schöner ist. Jetzt werden hier ein paar schöne Treppen. Jetzt müssen wir nur noch... Was? Da reitet so eine King Spider. Eine King Spider? Ja, hier oben, komm mal hoch. Ja, ganz hoch wieder. Ach, hier sind Treppen, guck mal. Ja, hier hinter dem Baum. Da oben. Da auf der anderen Seite, da. Hier. Oh, oh! Mit einem Druiden obendrauf. Was ist so eine Hölle? Okay. Einen verdammten Druiden, Mann. Gehen wir das Gutes verloren? Nee. Das war normale Gegner, glaub ich. Aber hier sind auch nochmal Treppen. Gehen wir mal die hier runter. Hier. Versuch jetzt hier gerade mal irgendwie... Ohne Witz verteilt bitte fackeln. Das nervt hier, dass man nix sieht. Ach stimmt, du hast ja keine Rüstung an, wo du liest. Ja, du hast ja Night Vision. Ich hab keine Night Vision, nein. Ach nee, hier geht's auch nicht wirklich weiter. Das ist total seltsam hier unten. Geht nicht weiter nach unten. Oder ich bin zu doof, das zu finden. Also ich geh jetzt mal in den Mittelteil. Überall sind halt so Treppen nach unten, die nicht wirklich nach unten gehen. Ja, das ist alles gefakt hier. Holzt dir mal so einen Daumen ab. Also ich hab hier irgendwie... Aber das scheint schon irgendein Dungeon gewesen zu sein. Das scheint auch so ziemlich das Einzige gewesen zu sein, was das zu bieten hat. Stimmt, ja. Also irgendwie... Also hier ist zumindest, wenn du rauskommst, gar nichts mehr. Irgendwie ging's ja nicht wirklich runter, ne? Nee, nee, ich weiß nicht. Also ich hab da nicht viel gefunden. Alter, da war irgendwie nix. Warum auch immer. Vielleicht war's einfach echt für die paar Gegner, die da oben waren. Hier ist wieder so eine Riesenspinne. Und Droiden drauf. Verrückt. Ansonsten ist im Dark Forest eigentlich auch nichts außer Dark. Oh, sie. Boah, diese Riesenspinnen. Zwei davon, okay. Ich find das voll seltsam, dass sie einfach... Oh, man sieht hier nix. Man kann sich weiter reingraben. In was? Weiter unten sind noch mehr Gegner. Ähm, komm mal hierher, wo ich bin. Ich bin an so einer Treppe. Ich seh deinen Namen, Wolf. Wolf, geh hoch. Ja. Ich bin grad so eine schöne Treppe runtergelaufen. Hier, hier, hier. Nebenan. Wo ihr auch immer seid, aber... Ja, immer noch da bei einem Dungeon. Ja, aber ihr seid ja jetzt irgendwo reingelaufen. Nee, nee, nee. Wir stehen nach oben. Ich hab nur was freigegraben, wo wir reinkommen. Okay, und Riesenspinne. Ja, ja. Riesenspinnen sind hier einige. Die droppen so komische Torchberries. Mit denen kann man Fynn fackeln oder komische andere Sachen machen. Aha. Wo bist du, Kevin? Ich kann wieder nach oben laufen. Ach, die Torchberries. Ja, 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 ja. Aber ich hab... Irgendwie sind die seltsam. Man kann sie nicht essen. Ich bin mal gespannt. Okay, jetzt warten wir einfach nur noch auf Kevin. Okay, jetzt warten wir einfach nur noch auf Kevin. Ich bin mal gespannt.